Das Ding hat sich da einfach festge... Ach, Evo. Ist ja deswegen. Oh dann, du Pflaume. Wer, wo sollte das festmachen? Ich. Und warum ist der nicht fest? Regenschirm. Damit kein Öl mehr regnet. Mäuschke, das ist bei Kraftzeit. Wie schön, dass ich eingeschaltet habe. Alles ist gekommen. Neue Kolben, neue Pläuel, neue Lager. Hauptlager haben wir auch da. Die werden wir aber nicht wechseln. Aber die Pläuel Lager, die werden wir wechseln. Hier, das ist der Kreuzschlösch, Evo. Wenn du da genau reinschaust. Ja. Die Kamera ist so weit, das ist schön. Ja. Du musst dir vorstellen, wir haben solche Kreuzschliffe die ganze Zeit, ne? Ja. So. Und wenn das Öl hier hinkommt, damit dieses Öl hier aufgefangen wird. Verstehst du? Ja. Das heißt, wenn wir hier keinen Kreuzschliff hätten. Sagen wir mal, vielleicht so einen Schliff hätten. Oder überhaupt keinen Schliff. Wird das Öl nach oben rausgedrückt. Der wird das Ganze nicht auffangen. Also wir werden jetzt unseren eigenen Kreuzschliff machen. Ich mache ja mehr oder weniger Töning. Und wenn wir einen Motor ausbauen, neue Kolben einbauen, dann machen wir unseren Kreuzschliff auch selber. Das Ganze schön einhöhlt. Viel hilft viel. Jetzt schauen wir uns das mal an. Sehr schön. So, Ivo. Ja. Lieber jetzt neue Kolben einbauen. Bei den neuen Pleule so geil finde, dass man hier nochmal extra eine Ölbogung hat. Und auch nicht zu klein, ne? Guck mal, riesig. Der hat halt das gar nicht. Ne, der hat das gar nicht. Und hier auch. Das finde ich cool. Also, Kleule werden ja in der Regel abgebrochen. Weiß ich nicht. Als wird der nicht so zu 100% gut bearbeitet, das Ganze. Habe ich nicht genommen. Und was uns aufgefallen ist, guck mal, wenn wir den hier reinmachen, viel zu viel. Deswegen, nein, wir haben die alten Pleule genommen. Lagerschalen haben wir umgebaut. Lagerschalen sind gut. So, 1, 2, 3, 4. So bauen wir das Ganze ein. Und dann, wenn wir alles richtig gemacht haben, Ivo. Dann geht er so rein. Ist das auch die richtige hier? So, muss er rein. Und den letzten hier. 3x90. Okay, ich habe jetzt keine Uhr. Aber das ist... Ich würde mal sagen, das war 90. 90. Nockenwellen. Die kriegt ihr auch neu. So. Das ist unser Nockenwellenversteller. Das ist so eigentlich, ey. So drehen wir das Ganze hier um. Und dann können wir unsere Nockenwellen so rausziehen, Ivo. Vorsichtig. Ja, die Nockenwellen sind echt verschlüssel. Das muss man sagen. Und der andere wird für den Einlass sein. Und der, siehst du, der Einlass ist dann ganz anders bei dem. Wenn ihr einen Kettensatz bei Fabio bestellt, dann kriegt ihr das Ganze so geliefert. Hier haben wir unseren Nockenwellenversteller, dann haben wir unsere beiden Schienen, das ist unser Simmering, Stirnendeckel. Dann haben wir neuen Zahnrad. Das ist auch für den Nockenwellenversteller. Diese lange Schraube, der ist auch schon dabei. So, zack. Dann haben wir einmal unser Kettensatz. Das ist ein Stirnendeckel komplett. Die untere Schraube haben wir. Kettenspanner haben wir. Ivo, guck mal. Guck mal, diese beiden Dichtungen kostet, haltet euch fest, 30 Euro pro Stück. Hier ist der dabei. Und die große Schraube hier, für unseren Zahnrad. Hier, haben wir auch schon drin. Ja. Du machst den Eimer sauber, was auch sehr, sehr wichtig ist, Ivo. Diese Schrauben, die müssen auch sauber gemacht werden, ne? Okay. So, dass die Schrauben echt gut reinkommen. Ein bisschen Gummi da, alles fertig. Ja. Hier oben, dass er auch immer schön aussieht, hier. Alu, nicht vergessen. Der Ivo hat alles super schön sauber gemacht, muss ich sagen, hier. Ein bisschen noch ausblasen, das ist auch jetzt wichtig. Ihr habt das Video hier vorne schon gesehen. Da ist jetzt eine Woche vergangen, weil ich einfach todkrank war. Wir bauen jetzt eigentlich oben den Kopf wieder zusammen mit den Nockenwellen. Aber, was wir jetzt brauchen, ist Spezialwerkzeug. Und diese Spezialwerkzeuge werden wir von autoteilewerkzeuge.de abholen, damit ihr das Ganze mal seht, was gibt es denn alles. Bei TEPCO angekommen, der Gültagier wartet auf uns. Was autoteilewerkzeuge.de alles hat, die wird umfallen. Weil hier kriegt man alles. Erzähl mal, wo sind wir hier? Wir sind bei autoteile-werkzeug.de oder TEPCO GmbH in Remschel, ganz genau. Das ist ja Werkzeuggestatt. Bergische Land, genau, Werkzeuggestatt. Also die haben ja ein paar Produkte gesehen, wie zum Beispiel Licht, diese LED-Leuchte. Genau. Aber die wissen eigentlich gar nicht so viel, was ihr alles macht oder was ihr alles habt. Also wir sind eigentlich spezialisiert auf Ersatzteile gewesen und auch auf Werkzeuge. Und dabei haben wir unsere eigene Marke auch aufgebaut, die TEPCO GmbH, also TEPCO. Und da konzentrieren wir uns auf Werkzeuge, Spezialwerkzeuge, Handlampen, alles was eigentlich so das Werkstattherz begehrt. Dabei haben wir aber auch noch andere Artikel für Baumarkt und so weiter. Kannst du uns einfach mal ganz kurz einen Überblick geben, was ihr alles habt? Ich weiß, wenn ich jetzt alles zeigen würde, das wird es eine Woche dauern, aber das habe ich jetzt einfach mal alles mal kurz überfliegen. Du weißt ja, ich mache gerade mein Golf fertig. Spezialwerkzeuge kriege ich ja auch von euch hier. Kann man auch sofort hier holen, auch vor Ort. Einfach angerufen, war da, sofort abgerufen. Schlüsselnummer und so weiter abgeben und dann bekommt man genau die Ersatzteile, die man braucht. Oder alternativ, wir haben auch alle Werkzeuge auch da, auch auf Bestand. Wenn wir aber was nicht haben, dann können wir das auch nachbestellen. Unsere eigene Marke haben wir aber eigentlich alles immer auf Bestand da. Und alle anderen Marken, die wir auch anbieten, also Ersatzteile oder auch Werkzeuge, die können wir im schlimmsten Fall bestellen, wenn wir es mal nicht da haben. Und das dauert dann eigentlich einen Tag, maximal zwei. Also bei mir war es echt so, du hast den nächsten Tag da gehabt. Genau. Also das ist Wahnsinn, bestellen wir eigentlich die von Tepco. Also jetzt gehen wir die Heiligen Hand von Tepco rein. Recht schon in unserem Tag-Vorlager, bei unseren eigenen Produkten. Und da haben wir uns spezialisiert, wie gesagt, auf Spezialwerkzeuge, auf Werkzeug, Handwerkzeuge, Lampen und so weiter. Glühbirnen haben wir auch. In dem Fall Ventil-Peterspannersatz, den haben wir auch da. Das Eigenmarke, das haben wir alles da. Kann man bei uns bestellen im Shop. Autoteilungswerkzeuge.com.de. Einstellwerkzeuge, Kette, Zahnregen, das habt ihr eigentlich jedes Auto da. Richtig. Das ist zum Beispiel Motoreinstellwerkzeug, Kette für VW in dem Fall. Tatsächlich ist es auch das, was du bestellt hattest. Genau. Was kostet ungefähr das hier? Einstellwerkzeug jetzt? Das in dem Fall kostet 39,90. 39,90. Ich meine, wer das schon mal gemacht hat für den 1,2er, 1,4er, 1,6er. Also Pflicht für jede Werkstatt eigentlich. Was ich auch sehr geil finde von euch, eure LED-Technik. Haben auch lange dran gearbeitet tatsächlich. Das ist wirklich so ein herzliches Produkt auch von uns. Deswegen haben wir viel reingesteckt und man merkt es auch jetzt. Ich bin ja seit vier Monaten fast hier bei euch. Und ich muss sagen, was in vier Monaten schon an Produkte dazugekommen sind, ist Wahnsinn. Dazu werden wir irgendwann kommen, wie diese Firma aufgebaut wurde. Das ist so eine geile Geschichte. Aber das werden wir irgendwann nochmal erzählen. Sehr gerne. Und da werden wir Yuxalabi kennenlernen, Barisch. Also alle eigentlich. Ich habe ja sehr viele Febi-Sachen eingebaut. Die ganzen Produkte, die ich eingebaut habe, die kann man auch hier kaufen. Richtig. Ihr habt nicht nur Manol, ihr habt eigentlich alle Sorten da. Richtig. Sollte es mal ein Tag nicht da sein oder zwei Tage, dann sieht man es eigentlich relativ schnell, dass die Verfügbarkeit direkt wieder auf grün leuchtet. Und hier sieht man ja jede Menge Febi. Febi? Ja. Heißbegehrte Marke? Also Febi ist gut. Muss ich sagen. Kettensatz. Das passt so viel schneller. Und für den Kettensatz könnt ihr auch Spezialwerkzeug direkt mitkaufen. Es ist jetzt nicht so, dass sie nur Febi haben. Also die haben auch, wie es bei den Ölen ist, haben die auch Meile. Also die haben alles da. Alles, was ihr braucht. Das ist... Ne? Wenn ihr mal hier Innenraum arbeiten habt. Und ich hoffe mal, dass irgendwann auch Gedore-Werkzeuge dazu kommen. Ich habe da was mal gehört. Gedore darf natürlich auch nicht hier fehlen. Wird natürlich zu euch auch sehr gut passen. Ganz genau. Muss man ja sagen. Wenn ihr was braucht, unten Kraft-Set-Fuzzis, könnt ihr nochmal 5% sparen. Preise sind richtig gut. Warenkorb einfach reinlegen, bestellen und das Ding ist sofort da. Und das Coolste ist, also wenn man tatsächlich in der Nähe wohnt oder wenn man mal 8 Kilometer fahren möchte, dann kann man auch hierhin kommen und dann bekommt man auch eine Beratung von einem Mechaniker, der dann in dem Fall auch genau sagen kann, was man braucht. Gültigen. Dann gehen wir, holen wir unsere Ware ab. Genau. Und dann... Das ist schon was vorbeizt. Genau. Und dann müssen wir ja auch unseren Motor nochmal zusammenbauen hier. Freue ich mich schon. Hier ist unser Ladengeschäft. Das heißt, alles, was ihr bestellt, kann man hier sofort abholen. Richtig. Und man kann auch hier vor Ort reinkommen und auch selbst bestellen. Ja. Und hier ist natürlich die ganzen TEPCO-Produkte nochmal. Also ein Teil. Genau. Wir haben hier mal in den Regalen meistens auch viele Saisonartikel, die jetzt im Winter gebraucht werden. Und auch viele Sachen, die halt... Genau. Ein Liter und null Komma... Nee, das ist ein Liter. Das ist zwei Liter und das ist ein Liter. Das hier? Ach, das ist drei Liter. Wenn ihr irgendwie bei den neueren VW-Motoren Öl einfüllt, Ibo, du weißt das selber. Ja. Wie lange dauert das? Mit normalen Trichtern? Ja. Lange. Sehr lange, ne? Da braucht ihr unbedingt so einen Trichter. Das ist Wahnsinn. Das kann ich euch nur empfehlen. Das macht ihr eigentlich auf den Deckel drauf und dann könnt ihr das einfüllen. Ist auch ein Produkt. Geil. Richtig. Bremsenreiniger natürlich. Neu im Sortiment. Und auch wirklich. Bremsenreiniger brauchen wir natürlich auch jede Menge. Ja. Weil wir müssen ja auch sehr viel kleben später. Wir müssen auch sauber machen. Und das ist auch neu bei euch, ne? Untergrundschutz. Und passend, die Pistola ist mir ja schon mal geschichtlich. Das heißt, wenn Leute hierhin kommen und sagen, ich brauche jetzt das hier. Und sagen, ich will aber den Code Kfz-Pözes eingeben. Kann man das dann hier, kriegt man sofort Rabatt. Sagen wir Bescheid. Der UNO wird das dann direkt umsetzen. Ja. Alles klar. Bitte schön. Packen wir das Ganze an. UNO Dankeschön nochmal. Ich danke dir. Du hast ihn mir Ärgern. Und ja, Glückwunsch und Dankeschön. Ich helfe dir dabei. Da habe ich über den Golf sofort gezielt. Das kenne ich noch. Geil. So. Haut rein. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Hier nochmal ein Riesen-Dankeschön. Wozu die gut sind, werde ich euch gleich alles zeigen. Ventildeckeldichtung, kleben, ist eigentlich das Schwerste an der ganzen Arbeit hier. Und. Voila. So, die Stellen müssen wir natürlich schön ölen. Jetzt brauchen wir die Einlassseite ein. Sehen wir hier, was viereckig ist. Und dieses viereckige ist für die Hochdruckpumpe. Weil da kommt ja auch, ich sag mal, wie so ein Kipphebel kommt da was drauf. Aber das wird ihr später sehen. Okay. Und. Voila. So, der ist auch drauf. Wir müssen das Ganze natürlich hier ölen, ne? Hier, Dichtmasse später drauf machen, lieber. Ja. Wenn hier zu viel Öl drin ist, haben wir folgendes Problem. Sobald wir hier Dichtmasse drauf gemacht haben und das so kleben möchten, passiert folgendes. Siehst du schon? Die Tropfen. Ja. Diese Tropfen kommen dann schön auf die Dichtfläche drauf. Und was passiert? Die Fläche, wo du geklebt hast, klebt nicht mehr. Also die Dichtmasse wird rausfliegen, ne? Deswegen würde ich euch immer empfehlen, die Nockenwellen schön einölen und dann würde ich das Ganze einmal so umdrehen und schön austropfen lassen. Schön mit Bremsreiniger die Flächen schön sauber machen. Das Schlimme ist, ihr könnt das Ganze nicht wieder so einfach ausbauen. Also Motorhalterung muss ab, Stirnneckel muss ab, Kette muss ab und dann könnt ihr Ventilneckel-Dichtung abnehmen. Fangen wir mal drauf. Wenn wir da einmal falsch ansetzen, weil diese ganzen Kipphebel und so, wenn die einmal verrutschen, ihr merkt das nicht, dann baut ihr den zusammen, dann wird das schwer und ihr macht einmal Dichtmasse rein und wenn ihr das falsch macht, müsst ihr nochmal machen, nochmal machen. Deswegen, da mussten wir echt mal ein bisschen konzentriert arbeiten. Aber was wir jetzt gemacht haben, auf jeden Fall mache ich jetzt gerade die Kettenführung dran. Die Schraube ab, Stift rein, dann bewegt sich das nicht. Da haben wir hier schon mal unsere OT und oben, ja, ich tue mir ja wieso nur diese Stifte rein, aber das kennt ihr ja alles. Uhr könnt ihr auch machen, haben wir auch gleichzeitig gemacht. So, das ist unser Austauschturbo, der nochmal hier geprüft wurde. Sehr schön. So sieht das Ganze aus. Whisky ist drauf, Klappe ist zu, einfach mal alles nochmal kontrollieren. Haben wir ja gesehen, mal unseren Veton. Und der lässt sich drehen. Wir sind fertig, da sind auch noch ein paar Schrauben, die wir noch festmachen müssen. Die machen wir aber gleich fertig. Wir sind aber so weit fertig, dass wir den zum ersten Mal starten können. Leute, ihr glaubt es nicht. Wir sind überarbeitet, wir arbeiten jetzt mittlerweile genau zwölf Stunden. Danke an Ivo. Der ist nicht angesprungen. Wir haben einen Booster draufgegeben, der ist nicht angesprungen. Und was haben wir gesehen? Ich habe den Flachriemen drauf gemacht und habe leider den ein bisschen falsch angesetzt. Und ich denke die ganze Zeit, warum? Also ich habe den hier falsch angesetzt. Ich habe den falsch angesetzt und der ist übergesprungen. Und dann hat er sich da festgekeilt. Und ich dachte, warum dreht er sich nicht? Ich so, nein. Also das Ding hat sich da einfach festge... Ach, Ivo. Ivo? Ich habe ihn auch noch nicht festgemacht. Ist ja deswegen... Oh dann, du Pflaume. Wer sollte das festmachen? Ich. Und warum ist der nicht fest? Ich habe dir gesagt, mach bitte Hand fest. Hast du den mit der Hand so festgemacht, dass der so noch wackelt? Oder nicht, Ivo? Okay, jetzt macht auch alles einen Sinn. Das heißt, habe ich doch nicht falsch gemacht. Aber egal, wir haben ja noch den alten Flachriemen. Den haben wir auch noch. Alles gut. Aber dieses Auto hat so richtig Bock auf mich. Ivo, kannst du mal festhalten? Mach dir den nicht fest, ja? So, ein paar Stellen müssen wir noch festmachen hier und da. Aber das machen wir alles später. Muss ich noch was anderes kontrollieren? So, Boost ist drauf. Öl müsste jetzt überall schön angekommen sein. Und jetzt lasst du dir einfach mal raus. Bitte, bitte. Warte, bis wir lachen. Oh mein Gott. Guck mal, wie ruhig der soll. Wahnsinn. Hier die Pumpe zickert natürlich bei dem, ne? Also es hört sich bestimmt jetzt in der Kamera ein bisschen schlimm an. Ist es aber nicht. Das ist die Pumpe. Die Hochdruckpumpe, die die ganze Zeit zickert. Das ist ganz normal. Also, ganz ehrlich. Ich hatte gerade ein bisschen Panik gehabt. Wasser, müssen wir noch reinmachen, Ivo? Ja. So, lass dir einfach mal ein bisschen warm laufen. Und machen wir Wasser rein, aber der läuft. Oh mein Gott, ich sagte schon, ey. Also ich schwöre, wenn der jetzt nicht angesprungen wäre, ich wäre Bäcker. Sag ich dir. Gut, Ivo, komm, bitte. Einmal Wasser rein. Okay. Komm, du musst das schnell machen. Weil sonst haben wir einen Motorschaden wieder. Aber der hört sich aber echt leiser an, ne? Ja. Letztes Mal, wo wir hier waren, hat er nicht mehr gelaufen. So, wir machen einmal nochmal Fehlerdiagnose. Fehlerkotz haben. Ne, haben wir nicht mehr. Okay. Guck ich mal, ob er auch. Ne, siehst du, der braucht, der braucht ein bisschen länger. Warum? Ja, ich glaube, Noppenbällen-Sensor, Noppenbällen-Sensor, Geber. Signal ist zu groß. War ja, Signal zu groß, ey, oder ist der Stecker nicht richtig drin? Guck mal. So. Ah, siehste. Guck. Das müsste schon vorher gewesen sein. Guck, jetzt habe ich den gerade. Jetzt nehme ich das hier so, ich sehe das hier jetzt nicht. Jetzt sieht man das, doch, doch. Yeah. So, jetzt lass dir mal ein bisschen laufen, bitte. So, Wagen spielt nicht an. Austauschmotor. Wo kann ich das ganz schnell holen? Wo kann ich das ganz schnell einbauen? Ich habe keinen Bock mehr. Lass es dir sofort in den Schrott werfen. Ich habe überhaupt, also ich hatte tausend Sachen im Kopf gehabt, ne? Das war schon krass. Ja, weil du hast alles vernünftig gemacht. Ist ja klar, ich war ja krank. Darum habe ich ja auch beim Zusammenbauen, habe ich ja irgendwann aufgehört. Falsch Fehler gemacht, oder? Ich habe gesagt, ey, bevor ich, ich habe ja ein, zwei Fehler gemacht. Und dann habe ich ja gesagt, Leute, ich höre jetzt auf. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Und dann war ich ja eine Woche krank. Und heute kommst du und schiebst das erste Mal wieder Überstunden und denkst dir dir, Alter, du machst alles vernünftig. Das Einzige, ein bisschen dicht machst du zu viel vielleicht. Aber der ist dicht. Der ist dicht. Ja, viel hilft viel. Und dann dachte ich so, ey, hast du jetzt was falsch gemacht? Was hast du falsch gemacht? Weil es kann passieren, wenn du den Kopf drauf machst, habe ich sogar gesagt, wenn ein Kipphebel zur Seite fällt, hast du einen Motorschaden. Du musst dann alles wieder machen. Oder hast du irgendwie die Einstellung falsch gemacht? Aber nein, du hast alles perfekt eigentlich gemacht. Du hast alles, ja okay, ich selber, ich kontrolliere mich ja selber nicht. Aber Ivo hat mich erschreckt, ey. Ich habe Ivo eine Aufgabe gegeben. Ich so, Ivo, diese vier Schrauben. Und dann er so zu mir. Habe ich schon fertig. Ich so, okay. Ey, das Ding hat sich so bewegend, ne? Echt? Hat er sich festgemacht? Nee. Aber ist egal, alles gut. Ja, so lernt er das, ne? Ja. Der stört echt wie ein Kätzchen. Der muss sich noch schön ausrauchen. Ich stelle, bis es wirklich dicht ist vom Platz. Oh, ein paar Stunden, okay, cool. Super. Ich gehe jetzt nach Hause. Und Hose wechseln. Äh, ich meinte, Feierabend machen. Und danach. Ja. Und ich bin ja immer noch nicht fit, ey. Ich bin auch noch fit werden hier. So, Leute. In dem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftzütt. Bis dann. Ciao. Wir kennen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.